München und Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Es ist wieder soweit. Das neue Jahr hat begonnen und an der Seestraße wird auch schon geschwitzt. Unsere erste Mannschaft beim Auftragstraining. Die Jungs wärmen sich gerade auf. Daniel Weber hat die Zeit vorm Training genutzt, um eine kleine Teambesprechung zu machen. Er hat kurz gesagt, was er sich erwartet von der Vorbereitung, wo er gerne hin möchte. Und es sind auch alle dabei, bis auf Michael Weicker, leider noch verletzungsbedingt. Aber wir hoffen natürlich, dass Weiki bald wieder bei uns ist. Dafür gibt es wieder etwas Positives zu vermelden. Nico Salasides ist schon wieder im Auftraining. Er fängt schon wieder an langsam und wir hoffen natürlich, dass er bald wieder so weit ist, dass er mit dem Team komplett trainieren kann. Der VfR, 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 der VfR. Der VfR, 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 der VfR!